hallo und herzlich willkommen ihr fragt euch wie ihr auf dem klärwerk im hinteren bereich in diesen raum reinkommt in dem die kisten drin sind und ihr nichts auslösen könnt wir verfolgen mal diesen elektrischen draht und schauen mal wohin er führt und zwar zu diesem gebäude hier gehen wir jetzt mal rein ihr solltet grundsätzlich euch ein radanzug anziehen wenn ihr hier im klärwerk unterwegs seid weil es sehr viele radioaktive gebiete gibt hier war schon jemand looten aber das macht ja nichts weil normal so werden vier kisten spots unten inklusive waffen kisten die dort spawnen können wir brauchen eine sicherung also ihr müsst ihr herkommen mit einer sicherung und ihr braucht eine blue card die sicherung könnt ihr einlegen und könnt sie aktivieren jetzt müssen wir uns beeilen weil die sicherung ganz gerne mal rausfliegt aber sonst jetzt noch einer weil ich so nicht kaputt direkt auf anhieb warum wollen wir in den raum rein weil kisten zum einen drin sind und weil ihr darin die red card finden könnt ihr seht sie leuchtet zieht die karte bitte nur einmal durch weil sie nutzt sich dadurch ab so die tür bleibt einem moment auf schließt sich dann hinter euch so ihr seht kisten wir haben in dem fall jetzt pech weil keine keine waffen kisten drin sind und hinten auf dem schreibtisch finden wir aber die begehrte red card wenn ihr euch fragt wozu ist dieser knopf hier das dafür darum die tür wieder zu entriegeln vorne weil sie ist gleich zu und ihr könnt aktuell nicht öffnen mit dem drücker sie lässt sich nicht öffnen und ihr kommt aus dem gebäude nicht raus wenn euch das ganze geholfen hat würde es mich freuen wenn ihr ein leichter lasst und ihr den kanal vielleicht wieder besuchen würde es okay bis dann euer onkel boge macht's gut